Erster Einsatz in Mexico, Rancho del Arroyo. Also, wir schauen uns das erste Mal die Map an. Das erste Mal nach der langen Pause. Ich bin sehr gespannt, ob sich ein bisschen was getan hat. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen runter. Die Musik ist doch ein bisschen laut. Aber sehr cool. Ja, und ich erinnere mich noch dran, zwischendurch die Guitaren-Riffs. Die waren auch immer ziemlich nice hier, wenn man hier durch die Area marschierte. Und was auch sehr nice war, weite Flächen weit gucken können. Richtig, richtig nice. Ich überlege jetzt schon direkt, ob man hier nicht am besten direkt mit diesem Tripod rumrennt, also mit diesem Dreibein-Hochsitz, um einfach nochmal über die kleinen Büsche gucken zu können und nochmal einen besseren Blickwinkel zu haben. Und da geht es los. Hammer! Angekommen sind wir in einem richtig, richtig nicen Outpost hier. und ich habe sogar noch Licht an. Ich war gerade noch ein bisschen auf der Trainings-Schussbahn sozusagen. Habe ein bisschen geübt mit den verschiedensten Waffen, denn ich hatte bei ein, zwei Waffen ein bisschen so einen Struggle und habe mir die ganze Zeit gedacht, irgendwie schießt das Ding denn richtig? Muss ich da ein bisschen drüber oder drunter? Und jetzt so langsam sollte es passen. Der Hund ist auch schon da. Sehr, sehr gut. Und wir entern natürlich jetzt hier erstmal die Base. Ja, sehr, sehr, sehr cool gemacht. 100 XP direkt nochmal dazu und jetzt die Guitare, sie spielt. Sehr, 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 sehr geil. Sehr atmosphärisch auch wieder. Ähm, ja, wir gucken mal, ne? Der Wind kommt aus dem Norden. Dann gehen wir doch in den Norden, oder? Hier vorne? Das sieht doch gut aus, ja. Gucken wir mal hier an dem See vorbei. Gehen weiter hier oben. Ähm, oder machen wir mal hier als erstes den Wegpunkt. Das ist doch nice. Ja, wir lassen uns einfach vom Wind leiden. Und dann gehen wir einfach mal nach hier oben und gucken dann hier zu dem, ähm, zu dem Aussichtspunkt und mal sehen, was wir von da aus noch weiter entdecken. Ich habe wieder sämtliche Munitionsarten dabei. Trotz allem schauen wir doch mal eben ganz kurz rein. Ähm, gibt es denn etwas, was man beachten muss? Habe ich irgendwas? Brauche ich irgendwas? Ja, Klasse 1, Klasse 2 ist da. Klasse 1 sind, ähm, ist ein Hase, der Fasan, also Antilopenhase, Fasan, Rio Grande, Truthahn. Das ist gut, denn ich habe gerade eben noch gewechselt auf die Vyrand. Das ist richtig gut, gerade eben auch fürs, äh, Truthahn-Schießen und so passt das richtig gut, das Ding. Ähm, Klasse 2 haben wir eigentlich auch nur den Coyote. Ähm, der ist dann quasi mit der Pistole hier. Damit mache ich immer noch Pistolen-Points, die ich immer noch brauche. Und danach Klasse 3, mexikanischer Rotlux. Können wir eigentlich genauso auch damit schießen. Die ist ja hier 2 bis 6. Ähm, Rotlux wäre dann. Ja, könnte ich natürlich auch mit der Moradi noch weitermachen. Und ich bin immer noch mit der Curman unterwegs. Äh, Kaliber 50, komplett übertrieben. 4 bis 8. Und für den Notfall hatte ich jetzt zuletzt auch noch den Sundberg dabei. Ähm, gegen die Wölfe, habe ich gedacht. Zuletzt in Spanien. Aber, die haben wir jetzt natürlich nicht hier. Also, eigentlich komplett überflüssig. Also, ich habe es gerade noch mal ein bisschen umgebaut. Und zwar so, wie ja gerade auch schon gesagt. Zum einen, zum einen, oh, Rotlux, da geht es auch schon los. Zum einen jetzt den Hochsitz dabei. Das ist schon mal wichtig. Denn den wollte ich ja mit dabei haben. Also, gucken wir gerade noch mal schnell rein. Wir haben hier von den Waffen jetzt nur noch die Viren. Die ist drin. Die Zweier ist auch drin. 2 bis 6. Und dann eben jetzt hier die Moradi. Die geht ja von, mit der Munition von 3 bis 8. Maultierhirsch ist hier das Größte. Und ein Sechser. Damit sind wir ja komplett bedient hier. Munitionsarten genau sind ausgerüstet. Visiere sind drauf. Habe ich sogar noch eins zu viel dabei. Und ich überlege gerade, ja, ich denke, ich werde hier auf die Moradi das große Visier drauf machen. Und hier sind jeweils die kleineren Visiere drauf. Die ist dann für den Fern, für die Entfernung. Und Lockmittel haben wir auch. Die bleiben hier auch für 5. Und wir brauchen dann noch den Dreibein, den Hochsitz. Da müssen wir bloß aufpassen, dass wir das, ja, von der Entfernung nicht zu nah einsetzen. Das brauchen wir halt dann, wenn wir hier in absolutem Dickicht unterwegs sind. Und jetzt geht es auch erstmal in Richtung, ja, in Richtung See. Ein bisschen Strecke machen. Noch steht der Wind gut. Danach gehen wir ja so ein bisschen mehr in Richtung Westen. Ja, das passt also ganz gut. Immer schön gegen den Wind. Da ist er. Siebener schwer. Ist es denn wahr? Siebener schwer. Auf 120 Meter. Ei, ei, ei. Aber auch eben auf der Flucht. Soll ich da direkt hinterher gehen? Oder soll ich den noch ein bisschen lassen? Und vielleicht versuchen später noch zu kriegen? Jetzt bleibt er da am Stein hängen, oder was? Mach mich nicht fertig, Algen. Mach mich mal nicht marig. 120 Meter. Ich könnte es natürlich versuchen, ne? Wenn man noch genug sieht. Aber gleich sehe ich ihn schon bald nicht mehr. Ja. Lieber einen sicheren Schuss, als eben so ein Tier dann zu verschießen. Tja. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so ein Kojote. Hier so ein Kojotenopfer. 150 Meter entfernt. Und der Rio Grande Truthahn gubbelte hier auf einmal rum. Und den können wir doch auch mitnehmen, oder? Der hat doch Bock. Der hat doch Bock. Den nehmen wir doch direkt mit. So wie er hier ist. Denn der... Ja. Der Rotluchs, der wollte einfach nicht mehr. Der war wahrscheinlich schon so schockiert und so auf der Flucht. Und natürlich als Level 7er Tier auch super vorsichtig. Und da liegt er auch schon. Sehr, sehr nice. Aber auch hier wieder... Bedürfnisgebiet vom Rotluchs. Also wir sind hier in der Rotluchs Area. Wham. Goldwertung. Schöner Gubbel. Den hat es direkt erwischt am Hals. Zack. Da kippt er um. Aber richtig, richtig nice. Rio Grande Truthahn. Mega schickes Ding. Hammer, hammer hart, ey. Hammer hart. Sehr, sehr, sehr nice. Na guck. 0,3 mehr. Und das wäre ein Diamond. Aber da waren wohl zwei, drei Federn ein bisschen krumm. Der nächste dann. Also erster guter... Joa. Gute Trophy. Hier direkt auf der Map. Schmeckt also soweit. Und es geht weiter zur nächsten. Beziehungsweise erstmal nochmal zum Wasser. Stück für Stück langsam ran ans Wasser. Und dann gucken, was da am Aussichtsturm ist. Und da vorne ist schon das Wasser. Das ist nice. Also gar nicht mehr so weit von weg. Aber auf den ersten Blick noch nichts zu erkennen hier. Bisschen näher rangehen. Einfach nochmal ein bisschen gucken. Kujote auch hier. Also es gibt hier einiges an Spuren. Ich hatte gerade auf dem Weg noch ein bisschen was aufgedeckt. Also hier... Truthahn-Spuren. Ich stelle es direkt nochmal hin. Platz. Und ich gehe auch in Deckung. Hör mal auf, Alter. Wie der abgeht, ey. Der war gerade schon richtig pisst. Ich aber auch. Da ist er. Ja. Ja. Das ist der Siebener. Das ist er. 80 Meter entfernt. Und liegt. Geht doch, Alten. Na, das ist doch richtig, richtig gut. Also, so soll das doch sein. Schön entspannt. Nicht irgendwie wild versuchen hinterher zu schießen, sondern abwarten. Geduld haben. Und dann... Goldwertung. Immerhin. Normale Färbung. Grau. Und ja. Lunge. Leber. Und bis in den Magen rein. Ist natürlich ein bisschen übermächtiger Ballermann für dieses Tier. Deutlich drüber. Aber passt. Siebener schwer. Sehr schön. Wertung. Ja. Ab 27 dann erst Diamond. Also, da ist noch ein bisschen Platz nach oben. Aber passt doch so. Nehmen wir doch so gerne mit. Katsching. Eingepackt. Und jetzt... Ja, jetzt geht es ein bisschen hier hoch, würde ich sagen. Und dann aber auch steil hier zum Aussichtspunkt. Denn, äh, durch den Krach wird hier wahrscheinlich nicht mehr so ganz viel am Wasser stehen. O-M-G. Weißwedel Gang. Wat ne Gang. Okay. Ganz normale Färbung, wenn ich das so richtig sehe. Das Größte hier. Bisschen abseits noch jemand. Ne, ne? Einser. Ja, zweimal zweier männlich. Einmal ohne Geweih. Und einmal mit. Waren aber auch schon leicht verschreckt. Deswegen warten wir jetzt einfach auch nochmal ein bisschen. Entfernung 280 Meter. Das ist ganz gut. Da gehe ich jetzt einfach nochmal ein bisschen näher ran. Auf ungefähr 200, würde ich sagen. Und dann warte ich aber auch nochmal ein bisschen. Die waren ein wenig verschreckt. Und vielleicht kommt auch noch aus der Entfernung jemand dazu. Vielleicht jemand, der auch tatsächlich noch mehr... Na guck, noch eine Region. Noch ein bisschen mehr verschreckt war. Also Weißwedel haben wir auch hier. Das ist doch schon mal gut. Und bisher zwei Spots aufgedeckt, wo die trinken. Na, da haben wir noch einen Weißwedel. Also hier vorne direkt close. Nochmal zweier männlich. Dahinten ein relativ mickriges Geweih. Und ein deutlich größeres. Gewichtsmäßig ähnlich. Und hier, wie gesagt, auf 230 Meter ungefähr, ja. Direkt nochmal ein Weißwedel. Hm. Soll ich da jetzt näher ran? Der Wind steht eigentlich ganz gut. Könnte ich doch versuchen. Bis hier vorne sind es 140. Das ist mir dann allerdings deutlich zu nah. Und ansonsten hätte ich auch keine Deckung mehr hier. Ich meine, der steht natürlich auch sehr entspannt, ne. Schön von der Seite rein. Das wäre natürlich perfekt. Wenn wir mal, Waldi, gehen wir mal ein bisschen zur Seite, Algen. Danke. Oha. In dem Moment. Auf der Flucht. Und er kommt näher. Warum sind die auf der Flucht und er kommt näher? Was ist hier los? Das ist ja strange. Gleich auf 100 Meter. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Hoppala, was ist noch los? In dem blöden Hund oder was? Hund, geh weg, Alter. Du stehst mir voll im Weg. Okay, nochmal scan. 60 Meter nur noch. Oh mein Gott. Zwei von den männlichen. Und da schießen wir einfach mal so. Nicht hinterher. Warnruf, Coyote. Ja, mit Recht, Algen. Was mache ich hier auch für einen Krach? Moment. Die oberen Weißwedel, die waren nur leicht verschreckt. Auf 150 Meter. Direkt nächster Versuch. 150 Meter. 150. Der sollte besser getroffen sein. Und er liegt. Jawohl. Was haben wir denn da? Ich glaube, es geht wirklich einfach nicht weg, ne? Es ist schon alarmiert. Es ist nervös und so weiter. Aber irgendwie kommt es da nicht wirklich weg. Da ist es ja unsere heilige Pflicht sozusagen. So, die sammeln wir mal eben ein. Also, einmal jetzt hier das Zweier männlich. Jetzt ist es losgekommen. Na, ist doch was. Immerhin. Hinter uns schon wieder Gabelbock. Ja, das ist krass. Was geht hier ab? Silberwertung. Ganz vernünftig. Ab in die Lunge rein. Jawohl. Ja, passt. Nehmen wir so mit. Da hinten Warnruf Gabelbock. Ihr seid gleich dran. Erst gucken wir nochmal eben hier nach dem Weibchen. Jawohl. Da hat er es. So sollte das doch gehen. Feini. Sehr gut. So, das heben wir mal eben auf und dann direkt zurück. Wir haben ja noch eins rumliegen. Eins müssen wir noch. Lunge getroffen. Aber ansonsten keine besondere Wertung. Einfach nur ein Low-Level-Tier. Also, schnell zum nächsten. Der wartet schon. Oha. Da sind sie. Die Gabelböcke. Ja, nice. Alles Weibchen hier. Das sind Dinge. Ist dahinter noch einer versteckt? Ne. Kein Männchen? Ich habe doch ein Männchen rufen hören. Vorhin hat doch noch ein Männchen geschrien und gemeckert. Direkt hier in der Nähe. Oh, das ist aber schon krass. Das ist aber krass. Aber ich könnte mal testen. Ich gehe mal jetzt auf 150 Meter ran. und baue da noch mal diesen Tripod auf. Ich hatte das jetzt zuletzt in der Savanne da, in der Hohonga hatte ich das probiert. Da bin ich sehr, 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 sehr nah. Ich glaube, auf unter 100 Meter nah ran gekommen, bevor die Tiere irgendwie verschreckt wurden. durch den Aufbau von diesem Tripod, aber ich war relativ weit oben, also deutlich höher, als die Tiere quasi ihren Spot hatten. 150, 150, 150, also die sind jetzt hier beide in der 150er Ranch. Nichts Besonderes hier, die können wir auch mal verschrecken. So, und wenn ich jetzt hier den Tripod hinstelle. Hier zum Beispiel. Na, da geht's doch. Ist natürlich jetzt die Frage. Nö, steht, und das ist das Männchen. Lol. Äh, nö, interessiert die gar nicht. Also, 150 Meter Aufbau. Gar kein Problem. Das ist nice. Denn 150 Meter ist mal eine ganz entspannte Entfernung. Das kann man doch mal machen. Das geht auch richtig gut. Und dann mal eben rauf. Schön unsichtbar sozusagen jetzt. Und dann von 150 Meter, 152, einfach mal jetzt hier auf den Gabelbock. Stufe 4 ist das Ganze. Könnte ich eigentlich auch nochmal, könnte ich eigentlich auch nochmal mit der Pistole dran. Und zwar muss ich jetzt, ähm, ungefähr die Hälfte zwischen diesen beiden Punkten. Ich muss ein bisschen höher. Müsste eigentlich ganz gut getroffen haben. Okay, die anderen sind auch ein bisschen bedeppert, ey. Die sind auch von nix fies. Ist das eine andere Färbung hier? Das sieht so gelblich aus. Okay, wahrscheinlich einfach nur hellbraun als Färbung. Von daher nicht ganz so besonders. Albinistisch, gescheckt und leuzistisch. Okay. Also, da gibt's nix Besonderes. Wir zerlegen das Ganze wieder. Wie gesagt, das war jetzt gerade auf 150 Meter. Finde ich, ist eine faire Entfernung. Ich werde das allerdings nochmal anders testen und nochmal überprüfen. Ähm, nochmal näher dran. Tja, auf welcher Entfernung das wohl so geht. So, kriegen wir jetzt hier noch den ein fehlenden, äh, Weißwedel. Irgendwo muss noch einer, einer liegt noch. Und die Suche nähert sich dem Ende. Null Prozent. Das war auch wirklich der Erste und direkt der Erste komplett verschossen. Ei, 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 ei. Der liegt da. Rio Grande, Trutan. Du bist später dran. Danke dir. Den hätte ich ja nicht gefunden. Oh, oh, oh. Guck dir das an. Ja, das ist natürlich dann mies, ne? Das ist natürlich mies und das ist aber auch der Hammer, ey. Doch ein ganzes Stückchen reingekommen, aber tatsächlich viel zu weit vorne. Dementsprechend einfach, joa, durchs Blatt, durchs Schulterblatt, aber nicht in die Lunge. Schade. Leider gefailt. 150. Wäre auch keine Goldwertung gewesen, einfach nur Silber. Naja, abgewertet auf Bronze. Und jetzt gucken wir mal eben hier nach dem Gabelböckchen, Algen. Wo ist er? Der Gabel. Und weiter geht's mit dem Truthahn. Ist der Hammer. Was hier los ist, ne? Was hier los ist auf der Map? Zack. Mitgenommen. So. Kleines Truthahn. Weibchen. Silberwertung. Passt aber doch auch ganz gut. Nehmen wir doch auch gerne mit. Gerade so getroffen. Passt. Und das Ganze, ja, war auch gar nicht so schlecht bisher. Ein Level Up schon wieder gehabt. Endlich Level 20. 20 ist er, der Jäger. Mann, 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 Mann. Und wir können Points verteilen. Fertigkeitspunkte sind wir auch schon drin. Pirscher. Lauerjäger. Genau, Lauerjäger war's. Und jetzt endlich, ein der wichtigsten Skill Points. Schön rein hier, auf den ersten Blick. Ermöglicht dir, Tiere zu entdecken, während du dich mit Waffen im Zielmodus befindest. Das bedeutet, dass du nicht zum Fernglas oder zum Entfernungsmesser wechseln musst. Richtig gut. Zack. Heißt also, durch die Optik am Gewehr gucken und dann markieren. Das ist halt tipp, tipp, top. Also das ist halt, das ist halt must have, ne? Gerade, wenn man ein Tier verfolgt und es rennt weg, dann vielleicht nochmal schnell hinterher gucken. Ich meine, der Griff zum Entfernungsmesser ist natürlich auch immer noch praktisch. Aber wenn man das vorher schon gemacht hat und das Tier droht quasi aus der Markierung rauszugehen, dann ist das natürlich schon richtig nice. Na guck, hier unten sind sie. Und flattern los, nur fliegend mit einer Wertung. Die werde ich aber irgendwann mal mit Vogelschrot jagen. Das ist ja die reinste Qual hier auf die Dingers. Und dann gehen sie auch schon wieder runter. Och, wie viele das sind hier. Hammer. Und da ist der Gabelbock. Und da ist der Gabelbock. Was ist denn hier gerade los, Alter? Ja, ist ja gut. Hast du gut gemacht, allen. Tipp, top. Silberwertung. 55er. Ja, so hätte es passieren sollen, auch gerade schon. Und das hier mit der Winchester-Munition. Das heißt, weitere Pistolen-Points, damit ich bald endlich für die Moradi die bessere Munition verwenden kann. So, es geht aber auch direkt weiter hier. Da sind sie 38 Points. Und jetzt markieren wir hier oben den Wegpunkt und danach können wir direkt hier oben weiter zur nächsten Hütte zum Außenposten. Alter, hier ist ja was los auf der Map. Oh, der Ringfasan. Männlich, Stufe 2. Er wachtelt hier schnell weg. Alter, in einem Tempo aber auch, ne? Zack, 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 zack. Anstatt zu fliegen. Er weiß, wenn er fliegt, dann schieße ich. Taktisch sehr klug. Und jetzt fliegt er trotzdem los, oder? Mann, Mann, Mann. Soll ich's versuchen? Halt, sagt er, ja, aber ich kann nix machen. Ich kann nix machen, Hund. Wichtige Position. Ich scheuche ihn einfach ein bisschen auf, ja? Und dann auf 100 Meter. Probieren wir unser Glück. Ich kann ihn markieren. Ich kann ihn endlich markieren. Es ist so gut. Und mittlerweile sind es keine 100 Meter mehr. Gleich sind es nur noch 50 Meter. Wenn er gleich losfladdert. Wenn er losfladdert. Noch bleibt er einfach versteckt. Der arme Hund, die ganze Zeit am rumjanken und sagt, Alden, beweg dich doch nicht. Er bleibt echt versteckt. Was machen wir mit dem? Wie soll ich den denn gleich kriegen? Komm, flattere mal los. Ich krieg die gar nicht aufgescheucht, ne? Defensiv. Extra. Aus der Luft. Das ist doch gut. Das kann noch was sein. So soll das. Der Gubbelhuhn denkt sich auch. Alden, aufpassen. Hier wird scharf geschossen. So, und direkt mal gucken, was er für eine Wertung hat. Sah ja schon wirklich gut aus. Silberwertung. Naja. 14 Komma. Okay. Knapp getroffen. Hat aber gereicht. Jo. Ganz normal. Männlich. Weiß-braun. Klassisches Gefieder. Also nichts Besonderes. Aber eben schön aus der Luft geschossen zum Moog wieder hat. Und deswegen hat er auch eine Wertung bekommen. Auch richtig gut. Boah ey. Ja, das ist doch mal ein Turm. Und damit kriegen wir doch bestimmt richtig gut Übersicht. Jo. Richtig, richtig krass. Also. Erster Turm in der Region. Richtig gute Übersicht. Da sieht man auch schon die ersten Häuschen wieder. Die Außenposten. Und wir markieren uns auch direkt den Außenposten. Denn da geht es jetzt noch hin. Und da haben wir noch mal einen Truthahn. Na. 200 Meter entfernt. Das ist aber schon zu weit quasi. Da sind wir ja schon bald an der Base. Na ist es denn. Also. Ziemlich coole Area. Bisschen schwierig. Wegen der ganzen dichten Büsche hier. Aber von der Population her. Hier ist ja richtig was los. An allen Ecken und Kanten gubbelt es rum. Oder zwitschert hier rum. Sehr, sehr, sehr nice. Da vorne ist schon die Markierung von der nächsten Hütte. Ähm. Ja. Viel zu sehen hier. Viel zu sehen. Oh wait a minute. Wo ich gerade den Kaktus sehe. Ich glaube da hat man Schmerzen. Da kriegt man, verletzt man sich dran. War da nicht was? Ich glaube das war so. Die Kleinen hier nicht. Oder die auch schon. Ah. Auch schon. Ah. Starke Schmerzen. Tatsache. Also. Selbst bei den kleinen Dingern. Ja. Die sehen aber auch so aus schon. Ne. Und Coyote. Irgendein Coyote bewohnt meine Hütte hier. Das geht ja mal gar nicht. So. Außenpunkt erreicht. Erste Außenposten. Nicht schlecht. Also bisher schmeckt das schon richtig gut. Dimm bim 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 bim. Ja. Sehr sehr cool. Sehr atmosphärisch. Macht richtig Bock hier in die Area. Ähm. Nächste Mal nehme ich glaube ich nochmal Schrot mit. Vogelschrot maybe. Ist glaube ich nicht so verkehrt. Ich meine die Viren ist ja auch immer ganz nice. Aber ähm. So entspannt mit Vogelschrot. Ist es glaube ich gar nicht so verkehrt. Und man kann ja auch hier. Man kann ja auch hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Von der Story her. Eine Shotgun kriegen. Beziehungsweise ja. So eine Flinte. Und dann hier mit Schrot ein bisschen rumballern. Wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Hm. Ich würde sagen im nächsten Livestream. Machen wir erstmal hier die Map weiter. Ähm. Halsbandpicaris. Und wie sie nicht alle heißen. Solche Dinger. Die wollte ich ja auch noch haben. Und dann gucken wir erstmal. Was geht. Wenn es dir gefallen hat. Daumen da lassen. Kanal abonnieren. Gefällt mir. Und hilft mega. Und dann sehen wir uns im Livestream. Oder im nächsten Video. Bis dahin. 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 Bis dahin.